Die Polizei, dein Freund und Helfer. Den Satz brauche ich niemandem zu erklären. Polizisten sind zweifelsohne dafür verantwortlich, Straftaten zu vereiteln und uns Bürger zu schützen. Doch wie in jeder Berufsgruppe gibt es auch unter ihnen schwarze Schafe. Heute geht es demnach um Polizisten, die zu Mördern geworden sind. Unter den Fällen sind ein paar sehr Bekannte, die für große Proteste und Debatten gesorgt haben. Darüber hinaus geht es auch um einige Fälle aus Deutschland. Christopher Dorner aus Florida ist einige Zeit bei den Marines und dient sogar im Irak. 2005 geht dann sein größter Traum in Erfüllung. Er wird Police Officer beim LAPD. Doch seine Freude hält nicht lange. Dorner wirft einer Kollegin vor, einen Verdächtigen misshandelt zu haben. Der Disziplinarausschluss glaubt Dorner jedoch nicht und wirft ihm vor, gelogen zu haben. 2008 wird er deshalb fristlos aus dem Polizeidienst entlassen. Dorner kocht daraufhin vor Wut und beschließt, auf einen grausamen Rachefellzug zu gehen. Er veröffentlicht ein Manifest, in dem er von unfairer Behandlung und Rassismus ihm gegenüber spricht. Mit dabei eine Todesliste von ehemaligen Kollegen, gegen die er wie im Krieg vorgehen will. Und genau das macht Dorner. Er erschießt zwei Polizisten und die Tochter eines Mannes, der damals mit dafür verantwortlich war, dass Dorner entlassen wurde. Kurz danach gilt Christopher Dorner als einer der meistgesuchten Personen Amerikas. Tagelang sind ihm hunderte Polizisten auf der Spur. Die Situation ist derart brenzlig, dass sogar drei völlig unbeteiligte Personen von Polizisten angeschossen werden, da sie Dorner ähnlich sahen. Schließlich kann er in einer kleinen Berghütte etwa zwei Stunden von Los Angeles entfernt aufgespürt werden. Umzingelt von Polizisten kommt es zu einem Schusswechsel, bei dem Dorner noch einen vierten Menschen tötet. Letztendlich nimmt sich der 30-Jährige das Leben, indem er sich in den Kopf schießt. Am Ende haben sich dann noch diverse Personen mit verschiedenen Gerichten darum gestritten, wem jetzt das Kopfgeld von 800.000 Dollar zusteht. Verteilt wurde das Geld hinterher auf vier Personen, die Dorner während seiner Flucht gesehen und die Polizei verständigt haben. Von dem nächsten Fall haben wir sicher alle mitbekommen. Mitte 2020 geht das Bild von George Floyd um die Welt mit dem Satz I can't breathe und Black Lives Matter. Angefangen hat die tragische Geschichte an einem Sommerabend im Mai in Minneapolis. Floyd kauft in einem kleinen Laden eine Schachtel Zigaretten. Der Verkäufer hält den Geldschein allerdings für gefälscht, weshalb er die Polizei verständigt. Die ersten zwei eingetroffenen Polizisten stellen Floyd zur Rede, legen ihm Handschellen an und wollen den großenstämmigen Mann ins Auto setzen. Doch Floyd macht verständlich, dass er das nicht will, weil er sonst Panik bekommt. Als zwei weitere Polizisten eintreffen, wird die Gewalt gegen Floyd immer intensiver. Letztendlich liegt er in Handschellen mit dem Gesicht nach unten auf dem harten Asphalt. Und wenn das nicht schon schlimm und erniedrigend genug wäre, kniet der Polizist Derek Chauvin mit seinem Knie auf dem Nacken bzw. auf dem Hals des 46-jährigen Floyd. Also dass man jemanden sein Knie mit vollem Körpergewicht in den Nacken drückt, dafür kann es wirklich nur zwei Gründe geben. Erstens, man ist ein rassistischer amerikanischer Polizist oder zweitens, man ist einfach eine Missgeburt. Floyd ringt minutenlang um Luft und sagt immer wieder, dass er nicht atmen kann. Umstehende Passanten fordern die Polizisten sogar auf, etwas zu unternehmen. Doch es passiert nichts und Floyd verliert das Bewusstsein und wird wenig später für tot erklärt. Die vier Polizisten sind bereits am selben Tag aus dem Dienst entlassen und wenig später angeklagt worden. Der Haupttäter, Derek Chauvin, musste sich einer Mordanklage gegenüberstellen, wohingegen seine drei Kollegen wegen Beihilfe zu jeweils ein paar Jahren Haft verurteilt wurden. Chauvin hat sich letztendlich des Mordes zweiten Grades für schuldig bekannt und muss daher mehr als 20 Jahre ins Gefängnis. Als die Tötung an George Floyd medial bekannt wurde, gab es in den USA und weit darüber hinaus diverse Proteste und Aufstände gegen Polizeigewalt und Rassismus. Norbert Pölke war in den 80ern Polizeibeamter in Baden-Württemberg. Pölke ist Vater von drei Kindern und lebt zusammen mit seiner Frau in der Nähe von Stuttgart. Da eine seiner Töchter damals urplötzlich verstirbt, geht man heute davon aus, dass dieser Umstand eine Erklärung für seine späteren Taten sein könnte. Denn ab 1984 begeht Pölke eine brutale Serie von Raubmorden und Banküberfällen. Zunächst erschießt er auf einem Parkplatz einen Geschäftsmann und fährt mit dessen BMW nach Burgstetten. In einer Bankfiliale zertrümmert er die Scheibe der Kasse mit einem Vorschlaghammer und erbeutet ein paar tausend Mark. Ein halbes Jahr danach ermordet Pölke auf einem anderen Parkplatz einen Engländer und raubt anschließend eine weitere Bank aus. Da er wieder mit einem Vorschlaghammer bewaffnet war, gründet die Polizei eine Sonderkommission mit dem kreativen und genieähnlichen Namen Soko Hammer. Inzwischen wird auch öffentlich im Fernsehen via XY nach dem maskierten Hammermörder gefahndet. Die Beweis- und Indizienlage war allerdings schon relativ klar. Die Ermittler gehen mit zunehmender Sicherheit davon aus, dass der Täter aus ihren eigenen Reihen stammt und ein Polizist sein könnte. In Folge dessen werden sämtliche Polizeibeamte und deren Dienstwaffen überprüft. Da Pölke auf seine Opfer mit seiner Dienstwaffe geschossen hat, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis er überführt wird. Darüber hinaus gab es ein Phantombild, das ihm erheblich ähnelte. Pölke wusste also, dass er bald auffliegen wird. Doch er will weder ins Gefängnis noch seine Familie mit den Folgen seiner Taten leben lassen. Ende 1985 beschließt Pölke, seine ganze Familie und sich selbst auszulöschen. Zunächst richtet er seine Frau mit einem Kopfschuss hin, tötet dann seinen Hund und den ältesten Sohn. Im Anschluss flieht er mit seinem vierjährigen Sohn nach Italien. Elf Tage später tötet Pölke zunächst auch seinen zweiten Sohn und danach sich selbst. Als die Ermittler alle Leichname entdecken, wird klar, dass der Hammermörder, nachdem über Wochen und Monate intensiv gefahndet wurde, die ganze Zeit über zum Greifen nah war. Das Tatmotiv für die insgesamt sechs Morde und unzähligen Banküberfälle war finanzieller Natur. Norbert Pölke steckte durch den Kauf und Umbau eines Hauses bis über beide buschigen Augenbrauen in Schulden. Im April 2021 verschwindet Carsten Manschack spurlos aus seinem Haus im niedersächsischen Liebenburg. Schnell wird klar, dass der Anfang 50-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein muss. Der Fall wird als Mord ohne Leiche in der Presse betitelt und die Ermittler haben schnell einen ersten Verdächtigen. Alle Indizien deuten darauf hin, dass der beste Freund des Opfers, Polizist Martin G., ihn getötet haben muss. Sein Motiv? Liebe. Denn Martin hatte seit Jahren ein Verhältnis mit Carstens Frau. Um sie zukünftig ganz für sich alleine zu haben, hat er seinen besten Freund ermordet und die Leiche entsorgt. Davon sind zumindest die Staatsanwaltschaft und das Gericht überzeugt. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Opfer am Tattag gegen 4.30 Uhr das Haus verlassen hat und dann auf Martin getroffen ist. Blutspuren auf der Terrasse und die dort gefundene Brille von Carsten deuten darauf hin, dass er unmittelbar vor dem Haus angegriffen und getötet wurde. Mutmaßlich mit einer Armbrust. In der Wohnung lagen sämtliche Papiere sowie das Handy des Opfers und sogar ein Toast, was darauf hindeutet, dass der Angriff völlig überraschend gekommen sein muss. Vielleicht hat Carsten Martin plötzlich auf der Terrasse gesehen und sich gewundert, was er um diese Uhrzeit bei ihm will. Und genau in diesem Moment scheint der Bundespolizist seinen Freund kaltblütig ermordet zu haben. Am Tatort können später DNA-Spuren von Martin sichergestellt werden. Bei der Beprüfung seines PCs wird der Kauf einer Armbrust entdeckt, von der allerdings jede Spur fehlt. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass es sich dabei um die Tatwaffe handeln muss. Martin G. wird wegen Mordes angeklagt und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Polizei und Hinterbliebene des Opfers, Carsten Manschack, suchen seitdem immer wieder nach seinem Leichnam, doch ohne Erfolg. Nur Martin G. weiß, wo sich die Leiche befindet. Doch er hat bis heute keine Angaben zu überhaupt irgendetwas gemacht. Mitten im Corona-Lockdown kommt es im März 2021 zu einem besonders heimtückischen Mord in England. Aufgrund der Einschränkung war es ähnlich wie hierzulande nicht erlaubt, ab einer bestimmten Uhrzeit das Haus zu verlassen. Die Anfang-30-jährige Sarah aus London hält sich nicht daran und besucht eine Freundin. Auf dem Heimweg wird sie von dem Polizisten Wayne Cousins angesprochen. Er bittet sie, ihn für eine genauere Untersuchung zu begleiten. Doch stattdessen passiert das Undenkbare. Er entführt die junge Frau in der dunklen Nacht, missbraucht sie sexuell und tötet sie dann auf brutalste Weise. Im Anschluss versteckt er die Leiche in einem nahegelegenen Waldstück. Dort wird der leblose Körper von Sarah einige Tage später entdeckt. Überführt werden konnte der Polizist, da er kurz vor Sarahs Verschwinden zusammen mit ihr von Überwachungskameras gefilmt wurde. Darüber hinaus zeigen die Aufnahmen, dass die junge Frau sich in Handschellen in seinen Wagen setzen musste. Ebenso konnte anhand von Mobilfunkdaten rekonstruiert werden, dass Wayne sich am Tatort und späteren Leichenfundort aufgehalten hat. Er wird nur zwei Tage später verhaftet und umgehend wegen Mordes angeklagt. Die Öffentlichkeit ist mehr als schockiert, als publik wird, dass der Mörder der jungen Frau ein Polizist gewesen ist. Gemäß der Anklage war Sarah zwar ein Zufallsopfer, doch Wayne hat die Tat minutiös geplant. Er hat sich im Vorfeld Müllsäcke besorgt, um sämtliche Gegenstände des Opfers verschwinden zu lassen. Darüber hinaus hatte er in seinem Wagen Benzin, mit dem er den Leichnam in Brand gesteckt hat. Zunächst versucht Wayne seinen Kopf mit billigen Ausreden aus der Schlinge zu ziehen. Doch die Beweislage ist exorbitant groß. Er gesteht den Mord und die Vergewaltigung und wird dafür zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und in England bedeutet lebenslang, dass die Flachpfeife nur im Leichensack aus dem Knast kommen kann. Pavel Schuvalov ist in Leningrad als Sohn einer wohlhabenden Familie geboren. Zu Schulzeiten galt er als Einzelgänger, der kaum Freunde hatte und gemobbt wurde. Einmal haben ihn seine Klassenkameraden verprügelt und ihm anschließend seine Hose über den Kopf gezogen. Ein Detail, das später in seinem Leben wieder auftauchen wird. Dennoch scheint Pavel einen geraden Weg zu gehen. Er dient beim Militär und arbeitet Mitte der 90er als Polizist in der U-Bahn-Direktion. Seine Aufgabe war es unter anderem darauf zu achten, dass niemand ohne Fahrkarte über das Drehkreuz springt. Meistens kam es aber dazu, dass gerade minderjährige Mädchen genau das gemacht haben. Pavel hat sie daraufhin in den Verhörraum geführt und massiv unter Druck gesetzt. Er werde ihren Eltern davon berichten und es wird zu heftigen Problemen für die Mädchen kommen. Es sei denn, sie erklären sich bereit dazu, ihn außerhalb seines Polizeidienstes zu treffen. Ängstlich und völlig eingeschüchtert stimmen die Mädchen einem Treffen zu. Pavel lockt seine Opfer dann in Waldgebiete oder Parks. Dort zwingt er sie, sich eine Strumpfhose überzuziehen. Im Anschluss missbraucht er die Mädchen, tötet sie und zieht ihnen dann die Hose über den Kopf. Ähnlich wie es Mitschüler bei ihm in der Jugend gemacht haben. Pavel Schuvalov gilt relativ schnell als dringend Tatverdächtiger. Die Polizei nimmt sogar ein Mädchen als Köder, um zu sehen, ob Pavel auch sie entführen will. Doch es kommt anders. Der Polizist bittet völlig unerwartet um ein Gespräch. Während des Verhörs gesteht er alles und gibt zu, insgesamt drei Mädchen entführt, missbraucht und getötet zu haben. 1997 wird er vom Bezirksgericht in Leningrad zum Tode verurteilt. Später ist seine Strafe jedoch in Lebenslang geändert worden. 2020 starb er inhaftiert mit Anfang 50. Len Davis war zwischen 87 und 92 Police Officer beim New Orleans Police Department. Davis war aber kein Polizist, dem eine friedliche Lösung von gewissen Situationen wichtig war. Ganz im Gegenteil. Er war dafür bekannt, gegenüber Verdächtigen besonders aggressiv und brutal zu sein. Wenn ihm etwas nicht gepasst hat, schlug er sofort zu. Infolgedessen gab es immer wieder Anklagen und Beschwerden gegen Davis, die aber beim durchaus korrupten Police Department kaum Anklang gefunden haben. 1994 fliegt Davis auf, als er mit diversen weiteren Polizisten in einen Drogendeal verwickelt war. Diesbezüglich wurden sogar Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Doch die wurden durch einen Vorfall kurz danach unterbrochen. Davis untersucht einen Verdächtigen und schlägt wieder einmal zu. Die Nachbarin, Kim Groves, sieht die brutale Attacke und erstattet Anzeige gegen den Polizisten. Davis bekommt davon mit und plant kurzerhand, die Frau und Mutter dreier Kinder zu töten. Er heuert einen Auftragskiller an und lässt die Frau nur einen Tag, nachdem Anzeige gegen ihn erstattet wurde, erschießen. Jetzt endlich kam das ganze Ausmaß seines kriminellen und gruppen Verhaltens ans Tageslicht. Davis wurde wegen diverser Vergehen vor Gericht gestellt, darunter wegen Mordes. Des Weiteren sind knapp 20 seiner Kollegen wegen Schutzgelderpressung und Drogenhandels verurteilt worden. Len Davis hat 1996 zunächst die Todesstrafe erhalten. Das Urteil wurde später zwar aufgehoben, 2005 dann jedoch erneut von einem anderen Gericht bestätigt. Seitdem befindet er sich im Todesstrakt eines Gefängnisses in Indiana. Und als Ex-Polizist hat er dort nicht sonderlich viele Gleichgesinnte. Anthony Sully aus San Francisco hat zunächst eine weiße Weste. Er besucht die High School, heiratet und wird Mitte der 60er Streifenpolizist. Doch allmählich ändert sich sein Verhalten. Seine Frau lässt sich nach immer wieder auftretender häuslicher Gewalt scheiden. Und auch seine zweite Ehe hält nicht lange. Einmal soll Sully dem Kind seiner zweiten Frau gedroht haben, dass er ihr den Hals umdrehen würde. Währenddessen hielt er ein kleines Küken in der Hand und tötete es eben auf diese Weise. Ende der 70er hängt Sully den Beruf bei der Polizei an den Nagel und gründet eine Firma. Er konsumiert Drogen und hält sich fast jeden Abend bei Prostituierten und Zuhältern auf. 1983 lockt er innerhalb weniger Monate sechs Menschen nacheinander in die Lagerhalle seiner Firma. Dort fesselt und quält er die Opfer tagelang. Er setzt sie unter Drogen und vergeht sich unzählige Male an ihn. Zusammen mit Komplizen tötet er die Opfer irgendwann mit einer Axt oder durch Erdrosseln und entsorgt die Leichen an abgelegenen Stellen im Golden Gate Park. Bei den meisten seiner Opfer handelte es sich um Prostituierte oder Drogenabhängige Frauen. Aber auch zwei Männer waren darunter. Sully kann unter anderem wegen Fingerabdrücken und DNA-Spuren an den Leichennamen überführt werden. In seiner Lagerhalle und seinem Auto konnten dann noch diverse weitere belastende Indizien und Beweise sichergestellt werden. Vor Gericht bekennt er sich allerdings nicht schuldig. Seine drei Komplizen, darunter auch eine Frau, die die späteren Opfer in Sullys Lagerhalle gelockt hat, haben gegen den ehemaligen Polizisten ausgesagt und jeweils mehrjährige Haftstrafen erhalten. Anthony Sully wird zwar Mitte der 80er zum Tode verurteilt, allerdings nie hingerichtet. Letztes Jahr ist er mit Ende 70 im berüchtigten St. Quentin State Prison gestorben, in dem bekannte Serienmörder wie zum Beispiel Richard Ramirez ebenfalls inhaftiert waren. Eines der schrecklichsten Verbrechen, die jemals von einem britischen Polizisten begangen wurden, ereignete sich im August 2001 in Gravesend. Es ging ein Notruf bei der Polizei ein, nachdem die sechsjährige Jessie Bluestone zum Haus eines Nachbarn gerannt ist und aussagt, dass ihr Vater ihren Kopf auf den Boden geschlagen hat. Zusätzlich würde ihre Mutter blutverschmiert im Schlafzimmer liegen. Ihr Vater ist Carl Bluestone, ein örtlicher Polizist, der auf seiner Polizeistation für seine dutzenden Affären bekannt war. Doch trotz der Tatsache, dass er es war, der fremd geht, war Bluestone förmlich paranoid und glaubte, dass seine Frau diejenige wäre, die ihn betrügen würde. Wie in vielen anderen Fällen von Partnermorden kam es vor der Tötung zu Episoden häuslicher Gewalt. Er hat seine Frau geschlagen, ihr mit einem Fleischerbeil gedroht und sie sogar zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Nur wenige Monate zuvor hat Bluestone ihr unverblümt gesagt, Zitat, Es gibt keine Scheidung, der einzige Ausweg ist der Tod. Alles gipfelte 2001 dann in einem grausamen Blutbad, bei dem Bluestone nicht nur seine Frau, sondern auch zwei der vier gemeinsamen Kinder mit einem Hammer ermordet hat. Die zwei anderen Kinder konnten glücklicherweise überleben. Als die Polizei an jenem Abend am Tatort eintrifft, finden sie dennoch insgesamt vier Leichen vor. Denn Carl Bluestone hat sich in der Garage erhängt. Im Jahr 1993 wurde der Polizeisergeant Stephen Jones aus North Wales schnell gefasst, nachdem er einen Mord begangen hat. Jones hatte eine Affäre mit einer Barkeeperin im Teenager-Alter und kam zu dem Entschluss, dass es einfacher wäre, wenn seine Frau und die Mutter seiner beiden Kinder aus dem Weg geräumt werden würde. Eine Scheidung schloss er aus, weil sie zu kostspielig wäre. Außerdem gab es eine Lebensversicherung über 60.000 Pfund, die er einige Monate zuvor abgeschlossen hatte und die eigentlich für seine Frau vorgesehen war. Jones entschied sich, dass es das Beste wäre, seine Frau zu töten. Also hackt er einen ausgeklügelten Plan aus, bei dem er den Mord wie ein Unfall aussehen lassen will. Zunächst erschlägt er seine Frau in der Garage mit seinem Polizeischlagstock. Dann platziert er ihren toten Körper in seinem Auto. Anschließend fährt er zu einem abgelegenen Wald und rammt das Fahrzeug gegen einen Baum. Er sitzt mit im Auto, hat sich aber mittels seines Polizeihelms vor größeren Verletzungen geschützt. Der Leichnam seiner Frau ist durch den Aufprall aus dem Auto geschleudert worden. Jones hat den Tatort dann verlassen und gehofft, dass sein Plan aufgeht und der Mord fälschlicherweise als Unfalltod gesehen wird. Denn dann würde er auch das Geld der Lebensversicherung kassieren können. Doch der Plan geht nicht auf. Die Rechtsmediziner merken sofort, dass die Frau nicht durch den Unfall gestorben sein kann, sondern getötet worden sein muss. Bei der Überprüfung von Steven werden dann der Knüppel, sein blutverschmierter Helm und andere Beweise entdeckt, die ihn eindeutig mit der Tat in Verbindung bringen. Ebenso gab es Zeugen, die den angeblichen Unfall zumindest teilweise beobachtet haben. Steven Jones wird kurz danach wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, die werde ich mir so aufmerksam durchlesen wie den Beipackzettel von Ibuprofen. Ansonsten wünsche ich euch eine kopfschmerzfreie Woche und abonniert für mehr ähnliche Videos.